Musik Und damit servus meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube hier bei einem weiteren Video hier auf dem Kanal und zwar sind wir heute im Efteling und würde euch gerne so die aktuellsten Bilder von der Baustelle Danze Makabre zeigen dem neuesten, innovativsten Ride, den es hier im Efteling dann geben wird eine Showfahrt mit einer Plattform, die sich dann dreht und verschiedene Effekte bieten wird wie zum Beispiel ein Fallelement, Kippelemente und wie gesagt, die ganze Platte kann sich drehen und ineinander auch drehen quasi wie so eine Art Breakdancer mit mehreren Elementen aber ja, die Baustelle schreitet voran wir haben Januar 2024 und möchte euch heute so ein paar Baustellen Updates mit nach Hause bringen also viel Spaß ich werde euch jetzt ein paar Bilder zeigen auch wenn ich auch nicht mehr wenn euch hier ist es gibt ein paar Bilder aus dem Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020